Gemeinsam für Natur und Umwelt, die Umweltlotterie. Heute ist der 18. August. Vielleicht haben Sie ja Glück. Vielleicht haben Sie auch das Glück herausgefordert. Dann haben Sie mitgespielt. Dann haben Sie natürlich den Spielschein parat. Und wie immer gilt es, Sie brauchen die richtige Ziffernfolge, die sogenannte Los-ID, um zu gewinnen. Den Hauptgewinn. Hier kommt sie, die Los-ID für den Hauptgewinn. 3, 4, 3, 6, 8. 3, 4, 3, 6, 8, die Los-ID für den Hauptgewinn. Und auf genau diesem Hauptgewinnerspielschein steht auch eine Postleitzahl. Aber welcher Landkreis ist es? Es ist der Wetterau-Kreis. D.h. jeder, der eine Wetterau-Kreis-Postleitzahl angegeben hat, hat auf jeden Fall was gewonnen. Jetzt schauen wir uns doch mal die Quoten an. Wir reden beim Hauptgewinn über 10.000 Euro. Dann gibt es einmal 2.500 Euro. Dann gibt es dreimal 500 Euro. 47 mal 50 Euro. 199 mal 10 Euro. Und 781 mal 5 Euro. Und es gibt natürlich Geld für Umweltprojekte. Und in diesem Fall geht z.B. Geld in den Landkreis Marburg-Biedenkopf. Das Projekt heißt Vom Acker auf den Teller. Der Bauernhof als Lernort für die Kleinsten. Das klingt doch fein. Oder herzlichen Glückwunsch. 5.000 Euro gibt es dafür. Das war die Pfarrer der Saudien. Das war die Pfarrer der Saud Inside. Vielen Dank.